Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich sehr, sehr schön, mal wieder hier in Mirane zu sein. Ich war ja schon, ich glaube, vor drei Jahren. Wer war denn da da? Ja, der Herr hier vorne. Warst du da, oder? Wie lange ist denn das schon her? Drei Jahre. Die Dame auch drei Jahre, ne? Und es ist halt hier wirklich viel passiert. Und ich durfte immer, Gott sei Dank, den Weg in der Musik weitergehen und durfte auch neue Alben aufnehmen. Und ja, das ist das aktuelle Album. Wo ist es denn? Ja, ich dachte, das ist ja nochmal als Idee drauf. Also so sieht auf jeden Fall das CD-Cover aus. Liebe passiert. Und es ist noch ganz, ganz frisch. Der Herr hatte schon genau, mal einmal hochhalten. Liebe passiert, wunderbar. Und genau, mit 14 ganz, ganz neuen, frischen Songs, mit frischen deutschen Songs. Das war mir ganz, ganz wichtig, eben auf Deutsch zu singen. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit ja auch immer, da nehmt schon, genau, es gibt ja so viel englische Musik, ne? Es gibt natürlich, ist nicht so schön, ne? Wir bleiben Deutsch, genau, da kann man euch mal platschen, ja? Wir lassen den deutschen Schlagern leben. Also ich weiß ja nicht, wie es hier in Mirane ist. Ihr lacht alle so gerne hier vorne, ne? Alle haben gute Marne, ja, wieso, wieso? Wie heißt ihr hier mit vorne? Marco? Wir haben uns so drei Jahren im Tau und im Stadtteater auch noch gesehen. Im Stadtteater? Wo ging da? Weihnachten mit Stefan. Weihnachten, Stefan? Stefan ist ein gutes, gutes Thema, ne? Der kommt ja auch gleich. Doch, der ist schon ganz aufgeregt, kann ich mir wirklich sagen. Braucht man nicht, wir sind aber alle ganz lieb. Und ich habe geschehen, die Lachen, wenn der nächste Song heißt, wie kommt dein Lachen oder euer Lachen, schiebt die Wolken weg. Hier ist er, bitteschön.